Das Thema Klimawandel beschäftigt uns von den Versicherungen gerade intensiv. Also die Auswirkungen des Klimawandels sehen wir anhand der Schadenszahlen, anhand der Intensität der Anzahl an Schadensereignissen, die uns direkt betrifft. Und wir möchten nicht aus dieser Branche heraustreten, dass wir sagen, wir lassen jetzt die Unternehmen mit dem Thema alleine, sondern unser Ansatz ist ganz klar, wir helfen den Unternehmen dabei, sich gegenüber dem Klimawandel resilienter aufzustellen. Welche Maßnahmen muss man ergreifen, um bei der nächsten Hochwasserwelle im nächsten Hagele-Ereignis eben nicht betroffen zu sein, sondern welche Möglichkeiten sind ganz einfach umzusetzen und um damit nicht nur den direkten Schaden zu verhindern, sondern auch in Zukunft versicherbar zu sein. Und das zu attraktiven Prämien und zu einem vernünftigen Selbstbehalt. Irgendwann wird, wenn man keine Maßnahme ergreift, auch die Versicherung wahrscheinlich diesen Kunden ausschließen müssen. Und dann ist ein Problem für die Zukunft dieses Unternehmens überhaupt noch am Markt bleiben zu können.